Die Vorbereitung ist beendet. Jetzt kommt mit Gera der erste starke Gegner gleich zu Beginn. Ein, zwei Worte zum Start. Ja, ein, zwei Worte erstmal zur Vorbereitung. Die Vorbereitung war soweit okay, hatten natürlich schon schwierige Bedingungen, sprich das Wetter war nicht immer optimal, das heißt es waren relativ viele Plätze gesperrt oder die Gegner konnten sogar nicht kommen und deswegen hatten wir nicht ganz so viele gute Testspiele. Unser bestes Testspiel oder besser gesagt unser intensivstes Testspiel war jetzt in Riesa gewesen, das war richtig gut und trotzdem unterm Strich war die Vorbereitung okay, die Jungs sind viel gelaufen, die Jungs haben gut gearbeitet, wir haben alles das gemacht, was wir uns vorgenommen haben. Ein einziger Wermutstropfen ist halt die Verletzung von Markus Kaiser, der Kreuzbandriss, der tut natürlich unheimlich weh. Paul Palo hatte sich im Winter verletzt, hat den Fuß gebrochen, das tut auch unheimlich weh und jetzt noch im vorletzten Test hat sich sogar Leo Felgenträger verletzt. Das sind natürlich mal drei Jungs, die aus der ersten Elf wegbrechen und die müssen wir erstmal auffangen und da werden wir sehen, wie wir am Wochenende in Gera spielen. Ja, mit Romano Linder und Tobias Gerstmann sind ja zwei Neuzugänge zu uns gekommen, die ja nicht unbedingt nur Ergänzungen sind. Wie siehst du das? Ja, gerade Tobias Gerstmann, Markus Kaiser hatte sich ja das Kreuzband gerissen und da haben wir nochmal was gemacht und wir sind glücklich, dass wir Tobias Gerstmann verpflichten konnten. Er ist ja auch eigentlich ein Cottbusser Junge, ist hier groß geworden, hat von unten bis oben alles durchgespielt bei Energie, ist dann zur KFC Uhrling gewechselt, von dort aus dann zu Neugersdorf und hat auch viele Spiele in der Regionalliga gemacht. Und er hatte eine Schambeinentzündung und jetzt müssen wir mal gucken, ab wann er richtig mitspielen kann. Er trainiert zwar schon richtig, aber jetzt müssen wir mal sehen, ab wann er auch im Spiel bei uns mitwirken kann. Und mit Romano Linder, da wurde ja schon viel geschrieben und gesprochen. Da haben wir natürlich die Tormaschine aus Lübben, konnten wir verpflichten, konnten wir von dem Projekt VfB Grigio überzeugen. Und da jetzt Leo Felgenträger vorne verletzt ist, werden wir natürlich Romano Linder vorne im Sturm aufbieten und wir sind alle gespannt, was er uns dort bringt. Wir sind glücklich, dass er da ist und jetzt heißt es abrufen. Ja, Gera ist natürlich ein richtig guter Gegner. Wir haben beide Heimspiele, glaube ich, letzte Saison verloren gegen Gera. Relativ knapp, aber wir haben sie verloren. In Gera haben wir 3-1 gewonnen. Das war richtig gut, die Rückrunde letzte Saison. Ja, aufgrund der verletzten Spieler haben wir gar nicht so viele Alternativen. Wir bereiten uns richtig vor, wir versuchen in unsere Abläufe zu kommen und wir wissen, dass Gera ein sehr, sehr starker Gegner ist und wir müssen dort alles raushauen, was wir haben, um was mitzunehmen. Also wir fahren dorthin und wollen mindestens einen Punkt mitnehmen, damit wir dann zu Hause gegen Zorbao drei Punkte machen. Also unser Ziel ist aus den ersten beiden Spielen, wenn es geht, möglichst vier Punkte zu holen. Alles klar, danke, Tony.